Servus! Das Ding geht nicht rein! Komm, Richard! Das ist mein Tor größer, oder? Wo sind die Fans? Ja! Ja! Hat Spaß gemacht, sich mit den Fans auszutauschen. Ein kleiner Wettkampf, ich glaube, haben wir ganz gut gemacht. Auch wenn ich hier das kleine Spiel verloren habe, hat der Georgi die Ehre gerettet. Ein kleines bisschen Belastung am freien Tag tut auch ganz gut. Von dem her sind wir, glaube ich, rundum zufrieden. Ich kann es nicht in Worte fassen. Allein hier zu sein, mit den Spielern so eine Challenge zu machen. So eng das Gewinnspiel überhaupt, dass man so etwas ermöglicht bekommt. Ein Traum. Ja! Easy, 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 easy. Ein Traum. Nein, Mann, nein! 2 VIP-Ticket für die Bundesliga, ein Spiel der Hoffenheim. Vielen Dank. Bitteschön. Dankeschön. Dankeschön. Das war sehr cool mit den Profis. Wir haben zwar verloren, keinen Punkt geholt, aber viel Spaß gehabt. Aber bei dem Panorama ist es natürlich traumhaft. Da ist es egal, ob man gewinnt oder verliert. Olympischer Gedanke dabei sein ist alles und Spaß haben. Sehr, sehr cool heute. Mit Fans, mit alles. Heute gewinne ich mit Grisha. Und ja, guten Tag. Ja. Ich freue mich schon zum Heimspiel zu gehen. In die VIP-Lounge war ich noch nie. Ich freue mich sehr darauf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.